Guten Tag, euch bin es, Mohammed Rechadloch. Ich würde euch sagen... ...eus versagen... ...heute... ...will ich... ...Meinkraft. ...Meinkraft. Weil einmal im Monat habe ich Minecraft gespielt, ne? Ja, weil... Ja. Roblox will ich nicht mehr, weil ich habe schon viermal Piggy gespielt. Ja. Und auch langweilig. Ich habe zweimal Livestream gemacht. Das habt ihr gesehen. 42. Boah. Heute und morgen mache ich noch ein Video Minecraft. Heute mache ich zwei Folgen Minecraft. Morgen auch zwei. Vier Folgen. Ja. Es macht viel Spaß, ne? Immer Minecraft zu spielen, ne? Haus bauen. Und dann lasse ich was runter. Ich lade Mobs runter. Äh... Skyblock. 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 Wenn was bauen oder Ding kaputt machen. Will ich damit spielen? Warum? Warum? Du spielst keine Minecraft immer. Die heißt... Roblox. Roblox. Die nervt mich immer. Roblox. Was? Was magst du? Roblox ist auch nicht so gut zu spielen. Doch. Du bist doch neun. Das ist ein großer Bapp. Das darfst du nicht. Ja, die mag Roblox. Ich mag nicht so viel. Ich mag nur viel Minecraft. War früher Minecraft. Kann man Tito zeigen heute? Ja. Geht nachher. Ich schäge mal Tito. Warten. Stoppe. Ich bin wieder da. Ja. Oben. Marisema. Ich bin nicht Marisema drin. Ich bin nicht Marisema. Schleimi. Ich bin nicht Marisema. Geht. Komm her, ne? So cool Es ist gelöscht Es ist gelöscht, Leute Das ist mein Kind. Guck, Monika. So, warte, guck. Kone. Ja, das ist immer das Beste. Der ist schlimm. Ah, guck mal. Das Original. Original ist nicht aufkleben. Oh, das Ding ist original. Ist das teuer? Wann ist mein älter Spinner? Ah, mein älter. Ist mir immer gesucht. Ich vermitte die Stabilität. Das ist wie er beim Kniemac. Das stimmt. Das ist wirklich gut. Mach auf die Stabilität. Ich rufe die Stabilität in der Hunde. Ich habe mir auch gemerkt, guck mal, jetzt ja bis jetzt. Merci. Merci, hallo. Jetzt machen wir unsere Soares. Ich weiß nicht, wichtig. Ich weiß nicht, ich schreibe doch nicht. Komm, das haben wir gemerkt, du wirst. Das ist perfekt. Oh, ich verstehe mich. Ja. Corner. Und da ist meine Schwester. Es ist cool. Alles. Ja, mit dieser Zeit. Corona. Ja. Was die Leute weichen, ey, ich iste kurde Rieder. Zürich, ja, Zürich. Ich kann. Ich weiß nicht. Es ist peinlich. Wenn ich mich betrachtet, was meine Sack ist. Das ist gerade das Ding. Cocktail. Ich auch. Ich weiß nicht, es dauert lange, bis ich trink. Ich schaue es schnell. Ja, es war cooler, Leute, ne? Ne? Spinner. Das ist die Spin-Finger. Keine Werte. Nimm du das. Ja. Spinner. Schwarzen Spinner. Leute. Was mir reinfällt. Weil was Fragen haben. Nicht mehr sagen. In Schule. Bei mir. Einfach mal in Kommentare. Da kann ich sofort machen. Aber eine sagt, in Schule Minecraft. Ja. Mach es. Aber bitte Kommentare. Ich will einmal, Leute, in Kommentare schreien ein bisschen was. Ich schreibe einmal andere Spiele spielen. Bobsi. Ja. Forstner geht nicht. Bei mir Geld. Das Geld dauert lange, weil ich runterladen. 3, 4, 5 Stunden. Ich kann Bobsi spielen. PS. Und Roblox. Minecraft. Und was anderes. Keine Ahnung. Nicht was dummes Spiel. Was gut ist. Ein bisschen Frieden. Wie ein Horrorspiel. Kennt ihr ein Horrorspiel? Was Spiele? Ich kenne viel. Granny. Wer kann einmal Granny schocken? Granny. Äh. Mumu. Spiel. Oder. Five. Five. Night and Freddy. Eins. Oder Ice Cream. Ja. Als mein Schwester gesagt hat. Ice Cream. Ja. Ice Cream. Hm? Komm mal so. Guck. Ich kann mal Ice Cream. Ja. Ich kann mal Ice Cream. Die Corona Leute. Die geht nur auf PS zu gehen. Die heißt Corona. Diese Corona ist so nervig. Ich will für den Ballballspiel bei sein. Ich will Schule gehen. Na. Fußball spielen. Was denn noch Fußball? So toll gehalten habe. Ich habe gelernt heute. Ich lerne immer zu Hause Hesten. Ich kann gut, Alter. Aber was habe ich Angst. Die Boden. Schule. Voll hart. Tut weh. Auf der Rest. Ich kann Hesten. Echt. Ich habe einmal probiert. Ich habe einmal wehgetan. Guck hier. Sie ist ja nicht. Aber das war ein bisschen. Das kitzelt auch manchmal. Weil es einmal so gemacht hat. So geheilt. Bist du untergefallen? Ja. Aber Hesten. Na ja. Seht ihr nicht mehr Bauch? Ja. Mein Bauch.